Ich denke, man sieht sich? Ja, man sieht sich. Okay, cool. Würdest du meine Telefonnummer haben? Oder lieber nicht? Ja, das wäre gut. Hast du einen Schnitt? Nein. Tja, also, wenn du mal in der Nähe der Uni bist, ich hab meistens so einen Fünfschluss. Soll ich bei dem bleiben, was mich glücklich macht? Ich bin nervt! Warum hörst du von mir davon? Zu spät, immer wieder das Handy aus, na super. Ich glaub's ja wohl nicht, aber... Oh Gott, ich erschieße mich. Hör zu, ich war gerade davon... Hey, hey, hey! Wenn deine Ausrede das Wort Martin enthält, dann schmeiß ich dir dieses Buch an den Kopf. Und das ist Erich Fromm, die Kunst des Liebens. Also pass auf, was du sagst, ja? Ähm, ja. Also, ähm... Erich Fromm, die interest in dem Spiel. Aber es außerbrennt, dann schmeiß ich dir das nochmal. Untertitelung des ZDF, 2020